Für Sie als Unternehmen, Verein oder Institution hat Biomatix eine Web-Anwendung bereitgestellt, die Sie ganz einfach über mein-kelkheim.de erreichen können. Nach erfolgreicher Registrierung können Sie mit Ihrer Kundenpflege und Neukundenakquise sofort loslegen. Sie brauchen dafür keine teure Werbung schalten. Sie beginnen ganz einfach mit dem Ausfüllen Ihres Profils, indem Sie das Menü Mein Profil wählen und suchen zuerst Ihren Tätigkeitsbereich aus, gefolgt von der Anzahl der Mitarbeiter, die Sie beschäftigen. Ihr Profil vereint dabei Ort, Unternehmensbeschreibung durch treffende Schlagwörter, Webseite und Social Media Channels Ihrer Einrichtung. Gefolgt von der Auswahl von Bildern und Logo, Unternehmensdaten und Öffnungszeiten haben Sie und Ihre Kunden jede Information an einem Ort und in einer App. Dadurch werden alle Inhalte durch Sie eigenständig gepflegt, geändert oder erweitert. Sie entscheiden selbst darüber, was Sie veröffentlichen und sind jederzeit flexibel, können auf Änderungen im Unternehmen reagieren und Ihr Profil schnell anpassen. Haben Sie Ihr Profil erfolgreich angelegt, so können Sie, so oft Sie möchten, eine Live-Nachricht über Ihre Angebote verschicken. Und das unkompliziert und in Sekundenschnelle. Dadurch steigern Sie die Bekanntheit Ihrer Produkte in Kelkheim und der Region, wecken Interesse an Ihrem Verein oder Unternehmen und steigern so am Ende des Tages Ihren Umsatz. Und das ganz ohne Risiko. Sie können eine Vielzahl von Nachrichten an Kunden versenden, Nachrichten wiederverwenden oder abändern. Alle Informationen werden in wenigen Sekunden beim Interessenten als Live-Nachricht auf dessen Handy angezeigt. Dazu wählen Sie einfach das Menü Neue Nachricht und suchen aus zwischen Neue Nachricht erstellen oder Nachricht wiederverwenden. Wir wählen Nachricht wiederverwenden aus und suchen uns eine Nachricht als Grundlage. Dabei werden Ort, Nachrichtenbeschreibung, treffende Schlagwörter, Bilder und Social Media mit Ihrer Push-Mitteilung vereint und bilden als Ganzes Ihre Live-Nachricht, die Sie jetzt an Ihren Kunden versenden. Nachdem Sie Ihre Nachricht versendet haben, sehen Ihre Kunden diese live auf Ihrem Handy. Und das ganz unabhängig davon, ob die Mein Kelkheim-App geöffnet ist oder nicht. Wir klicken jetzt nun auf die Nachricht und erhalten diese live auf unser Android- oder iOS-Handy. Marketing ist mit unserer Mein Kelkheim-App kinderleicht, nachhaltig und ressourcensparend, schnell und ein Multiplikator für einen erweiterten Kundenkreis.